Hallo Deutschland! Ein ganz herzliches Hallo aus dem verschneiten Schleswig-Holstein nach Berlin. Ich möchte heute mich an den Herrn Innensenator von Berlin und den Amtsleiter der Berliner Feuerwehr wenden, in der Sache wegen dem Berliner Feuerwehrmann, der vor einer Wache jubelnd und winkend die Trecker begrüßt hat und dem jetzt ein Disziplinarverfahren droht. Ich habe hier auch zum Zeichen meiner Solidarität meinen alten Helm aufgesetzt. Ich bin seit sieben Jahren in Pension und hätte nie gedacht, dass der nochmal zum Einsatz kommt. Traurig, aber wahr. Sehr geehrter Herr Innensenator von Berlin, sehr geehrter Herr Amtsleiter der Berliner Feuerwehr, Mein Name ist Jürgen Scharnbacher, 67 Jahre alt, Berufsfeuermann im Ruhestand aus Hamburg. In ganz Deutschland konnten Millionen von Menschen in einem kurzen Video sehen, wie ein Berliner Feuerwehrmann vor seiner Wache die vorbeifahrenden Traktoren winkend begrüßte und bejubelte. Diese kurze Szene war sicher nicht nur für mich ein sehr emotionaler Moment, der für Gänsehaut und sogar ein paar Tränen in den Augen sorgte. Nun kam aber heraus, dass diesen Kollegen ein Disziplinarverfahren wegen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht droht. Wie unsensibel kann man hier bitteschön sein? Gegen welche Neutralität hat er denn verstoßen, beziehungsweise wem oder was hat er mit seiner Aktion geschadet? Ich finde, der Kollege hat in diesen wenigen Sekunden seiner Handlung die Sympathie unzähliger Menschen erhalten. Und er hat in diesen wenigen Sekunden unbewusst tausendmal mehr für ein positives Image für die Berliner Feuerwehr gesorgt, als es die gesamte Feuerwehr Berlin in einem Jahr schaffen würde. Kein einziger, der dieses Video ansieht, kommt auch nur annähernd auf die Idee, dass dieser Feuerwehrmann gerade ein Dienstvergehen begeht, außer ihn als Vorgesetzter. Aber wird bei dieser Sache auch darüber nachgedacht, was dieser Mann und alle anderen Kollegen in jeder Dienstschicht für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt leisten? Jeden Tag setzen sie ihre Gesundheit aufs Spiel, manchmal sogar ihr eigenes Leben, bei nicht seltenen gefährlichen Einsätzen. Die zuständigen Mitarbeiter der Dienstaufsicht sind immer sehr schnell zur Stelle, wenn ein Feuerwehrmann nicht nach Vorschrift handelte oder in der Hektik eines Einsatzes vermeintlich falsche Entscheidungen traf. Schnell wird Kritik geübt, Maßregelungen vorgenommen oder wie jetzt hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber wie schaut es andersherum aus? Auch gerade in Berlin retten Feuerwehrleute täglich Dutzende Menschen buchstäblich in letzter Sekunde das Leben, wenden in unzähligen Einsätzen gesundheitliche Schäden von ihnen ab oder verhindern Sachschäden in Millionenhöhe bei Feuer oder anderen Einsätzen. Frage dazu. Wann haben Sie zuletzt selbst als Amtsleiter oder andere Führungskräfte Belobigungen oder Worte der Wertschätzung an die Kollegen nach Einsätzen gerichtet? Erschreckend und peinlich ist aber die Realität. So etwas passiert viel zu selten. Ich weiß, wovon ich rede, habe hier die Erfahrung aus 39 Dienstjahren bei der Berufsfreiwehr Hamburg selbst erfahren müssen. Der Umgang mit Menschen ist unfassbar wichtig für ein gutes Betriebsklima, für die Arbeitsleistung der Mitarbeiter, senkt Krankheitsquote und steigert die Motivation. Aber diese Fähigkeit geht zu mancher Führungskraft total ab. Sehr geehrter Herr Amtsleiter, wenn Sie jetzt, auf gut Deutsch gesagt, einen Arsch in der Hose haben, dann betrachten Sie dieses Video mit einem Lächeln im Gesicht, freuen sich über die tolle Aktion des Beamten und beenden umgehend dieses Ermittlungsverfahren. Was derzeit im Land passiert, wie viel Sympathie und Solidarität den Bauern, Handwerkern, Spediteuren und anderen entgegenkommt, ist einfach unfassbar. Zu was Millionen Menschen in kürzester Zeit in der Lage sind zu leisten, konnte niemand vorhersehen und wer weiß schon, was da noch folgt. Durch das Bekanntwerden der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen ihren Feuerwehrbeamten, kam es spontan zu unzähligen Sympathiebekundungen für ihn. Dies dürfte auch ihnen sicher nicht entgangen sein. Sollte dieser Beamte tatsächlich wegen seiner Handlung bestraft werden, dann wird Berlin erneut Schauplatz weiterer Großdemos werden. Wahrscheinlich dann vor einigen Feuerwachen. Tausende Menschen haben schon angekündigt, bei Bedarf daran teilzunehmen. Unterschätzen Sie nicht die Kraft und die Wucht, die dann von Tausenden erbracht wird. In Deutschland gibt es weit über eine Million Feuerwehrleute. Wenn da nur jeder Zehnte erscheinen würde, dann wäre das schon eine beeindruckte Teilnehmerzahl. Aber es würden nicht nur Feuerwehrleute erscheinen, sondern eine Vielzahl mehr aus allen Berufsgruppen quer durch das Land. Die Frage ist nur, ist das im Sinne der Berliner Feuerwehr, den Politikern der Stadt und möchte man hier eine weitere, aber völlig überflüssige und sinnfreie Baustelle in der Stadt eröffnen? Herr Amtsleiter, stellvertretend für alle Feuerwehrleute in Deutschland bitte ich Sie, lassen Sie Gnade vor Recht walten und beenden Sie dieses unverhältnismäßige und sorry, einfach lächerliche Verfahren. Überall an Straßen, Plätzen und sonst wo stehen Tausende von Menschen, darunter Kinder, alte Menschen, behinderte Menschen, mit ihren Rollstühlen und Rollatoren und winkenden Treckern, LKW und anderen zu. Und ein Feuerwehrmann darf das nicht, spontan, einfach so heraus, er hat bestimmt nicht drüber nachgedacht. Nochmal, wir werden bei Bestrafung des Kollegen zu Tausenden in Berlin erscheinen, um unsere Solidarität für den Kollegen und unseren Unmut gegen die Entscheidung zu zeigen. Und das, sehr geehrter Herr Amtsleiter, ist keine Erpressung oder Drohung, es ist ein Versprechen. Und falls Herr Özdemir oder Herr Habeck dieses Video sieht, Herr Özdemir, es ist kein Erpressungsversuch. Und Herr Habeck, es ist bei Weitem auch nicht rechtsextremistisch. Achten Sie in Zukunft auf Ihre Wortwahl in der Äußerung zur Einschätzung von Situationen und Geschehnissen. Jeder Grundschüler ist hier nicht annähernd so selten dumm wie Sie. Entschuldigung, aber das muss mal raus. So, liebe Mitstreiter, liebe Grüße aus Hamburg und Schleswig-Holstein nach Berlin. Ihr seid alle toll. Wir sind alles unfassbar stolz und dankbar für Eure Aktion. In diesem Sinne, wir kämpfen weiter. Auf Wiedersehen.